Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen beim Unboxing. Da sind wir Kistchen aufgemacht, Schätze gefunden und das Erdmännchen und den Gülden. Und natürlich alle guten Dinge sind drei. Die silberne Variante noch hinterher. Einfach die hübschesten. Genau, aber damit sind wir noch nicht am Ende. Die nächste Box wartet. Aufgeschnibbelt, gefreut, geherzt und einen tiefen Zug. So, richtig Freiheit. Ein Fest. Und da ist es das Erdmännchen einer traumhaften Verpackung. Diese Verpackung ist aber garstig. Schaut mal, der alte Mann, der muss sich richtig anstrengen. Wo geht sie denn auf? Da geht sie auf. Richtig aufgerupft. Ein schöner Zettel drin und ein niedliches kleines Männchen. Es ist ein Fest.